Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, ob du zu Hause alles geregelt bekommst, wenn du mal für eine gewisse Zeit aufgrund eines Unfalls beeinträchtigt bist? Ehrlich gesagt habe ich mich das noch nie gefragt. Ich habe so viele andere Sachen im Kopf. Was wäre denn eigentlich wichtig? Wie wäre es denn für dich, wenn du wüsstest, dass du ab sofort nach einem Unfall bestens versorgt wirst? Sei es Wäsche, Putzen, Fahrdienste zur Physiotherapie oder zum Arzt. Selbst deine Kinder können diese Fahrdienste in Anspruch nehmen. Oder täglich warme Mahlzeiten für euch zu Hause und das ohne jegliche Summenbegrenzung. Wow, krass. Ich glaube, das kann was. Aber sowas ist doch dann wahrscheinlich auch sehr teuer, oder? Tatsächlich denken das sehr viele Menschen, dass eine private Unfallversicherung super teuer ist. Doch meine Kunden zahlen nahezu nichts für ihre private Unfallversicherung aufgrund der Erstattung deiner gesetzlichen Krankenkasse. Also sprich mich an und ich zeige dir ganz genau, wie das auch für dich und deine Familie funktionieren kann. Also sprich mich an und ich zeige dir ganz genau, wie das auch für dich. Das auch für dich. Ich das ja tatsächlich crédhh. Jetzt kann mich an und ich rappelle dir ganz genau, wie das auch für dich. Vielen Dank.